Hallo und herzlich Willkommen hier wieder bei Technik Chocolat. In diesem Video geht es um die Bedienungshilfen von Windows Phone. Also jetzt egal ob Nokia oder HTC, Hauptsache ein Windows Phone. Und hier gibt es einige Funktionen speziell in diesem Video für die Seelbehinderten. Ihr habt einmal die Möglichkeit den Text zu vergrößern, der sich dann aber nur auf bestimmte Bereiche auf dem Smartphone auswirkt, also wie E-Mail, Nachrichten und Kontakte. Dann habt ihr die Möglichkeit den Kontrast zu verbessern, das heißt ihr habt da nicht nur so Farben, ihr habt dann immer Schwarz-Weiß, Weiß-Schwarz, je nachdem. Somit ist einiges etwas lesbarer. Und als drittes habt ihr die Möglichkeit eine Bildschirmlupe, was ich am besten finde, zu öffnen, zu aktivieren und somit könnt ihr mit zwei Fingern tippen, einfach die Bildschirmlupe aktivieren und damit arbeiten. Das wollen wir uns jetzt auch mal anschauen. Wir schauen jetzt auf ein Windows Phone, wischen nach rechts und gehen dann mal in die Einstellungen. Gehen dann im Menü weiter runter und suchen uns erleichternde Bedienung heraus und tippen da auch erneut drauf. Jetzt haben wir die Möglichkeit oben die Textgröße anhand des Schiebereglers zu verändern, einfach nach links oder nach rechts wischen und ihr seht die Textgröße ändert sich. Dann die Möglichkeit den Kontrast einzustellen, also stärker hervorzuheben die Texturen und dann haben wir jetzt gerade die Bildschirmlupe aktiviert. Wenn ihr jetzt doppelt drauf tippt, habt ihr gerade gesehen, könnt ihr das Ganze aktivieren und wenn ihr mit zwei Fingern nach oben oder nach unten fahrt, also doppelt tippen nach oben und nach unten wischen, könnt ihr das Ganze vergrößern und verkleinern. Wir sehen gerade, wie wir hier auf dem Bildschirm herumfahren, jetzt gehen wir mal kurz zurück aus dem Menü hier wieder, genau und mit zwei Fingern halt drauf tippen, so jetzt zwei Fingern drauf tippen, wir sind drinnen und können das Ganze wirklich sehr sehr groß machen. Das war jetzt ein kleiner Einblick in die Bedienungshilfen, beziehungsweise in die erleichterte Bedienung vom Windows Phone, eine wirklich sehr gute Sache, wie ich finde, Textvergrößerung funktioniert, der Schieberegler ist ohne Probleme bedienbar, Kontrasteinstellungen sind auch möglich, muss man halt natürlich schauen, ob man das mag, weil dadurch verschwinden einige Bilder, beziehungsweise die Farben der Bilder, wie ihr auch gesehen habt in dem Video, könnt ihr euch ja nochmal anschauen, wenn man die Kontrasteinstellungen aktiviert, dann wurde zum Beispiel hier der blaue Balken von der Textvergrößerung, also was man sich in dem Schieberegler, was man von links nach rechts oder von rechts nach links wischen konnte, wurde dadurch weiß. Das kann wiederwischen zur Verwirrung führen, wenn man das nicht immer nutzt. Von daher nutze ich sowas grundsätzlich gar nicht. Was wirklich sehr gut ist, ist die Bildschirmlupe, die hat mich wirklich sehr positiv überrascht, also bin ich wirklich sehr erfreut drüber. Der Zoom funktioniert, ein zweimal hat es jetzt im Video nicht funktioniert, aber ich glaube, das liegt eher an meinen Fingern, ich habe wohl nicht richtig drauf getippt oder wie auch immer, ich musste auch mit einer Hand die Kamera behalten. Okay, das ist jetzt kein Grund, aber egal. Was natürlich so ein bisschen schade ist, finde ich, und da könnt ihr mir natürlich gerne in die Kommentare schreiben, wenn man mit zwei Fingern doppelt tippt, ist man in der Lupe drin und kann man mit den Fingern ja hin und her fahren, aber sobald man die Finger von dem Display entfernt, dann bleibt sie sofort stehen. Wobei hingegen beim iPhone, bei Zoom kann man mit den Fingern hin und her fahren und das, wenn man die Finger ab, also weggenommen hat vom Display, fährt das noch so ein bisschen weiter. Also man schiebt es sozusagen einmal ein Stück nach links, nimmt die Hände weg und dann geht das noch so ein Stück weiter. Finde ich ein bisschen angenehmer vom Lesen her, muss man sehen, das muss man einfach üben. Ich bedanke mich und wünsche euch noch viel Spaß, besucht mich auf technikchocolate.de, auf meiner Facebook-Seite technikchocolate, twittertechnikchocolate, gebt mir einen Daumen hoch und abonniert natürlich meinen YouTube-Kanal. Bis zum nächsten Video.